Verdammt lang her, dass ich fast alles eins machen Verdammt lang her, dass ich an jetzt je glöd Hier auf dem Wiesenfest in Egertausen Du hast hier etwas ganz Tolles aufgebaut und du hast sicherlich noch ein bisschen was zu sagen Ich wollte mich ganz doll bedanken bei allen Leuten, die mir geholfen haben Insbesondere bei meinem Vater, bei Rolle Pauls, Wilfried Peters und so weiter und so weiter Ansonsten wünsche ich euch heute einen schönen Tag Wettergott hat mitgespielt Viel Spaß und auch Tschüss Musik 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 Wir schätzen somit vor Verkauf auf 350 Wir wollten eigentlich hier reingehen, aber es ist halt ein bisschen teuer und so und wir wollten uns mit ein paar Freunde treffen und die sind aber bisher noch nicht da und jetzt warten wir heute zu sehen. Möchtest du mal spielen? Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018